Die Premier League Saison 23-24 ist beendet und auch bei dieser Liga gibt es natürlich noch meine Reaktion auf die Prognose, die ich vor der Saison gemacht habe. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, ich habe auf jeden Fall Bock, mein Gefühl ist gar nicht mal so schlecht, ich glaube Brighton zum Beispiel habe ich deutlich zu hoch, Wolves habe ich glaube ich zu niedrig so, aber im Großen und Ganzen müsste es eigentlich nicht ganz so schlecht sein, könnte mich da aber auch ein erneutes Mal täuschen. Und auf Platz 20 ist bei mir direkt mal ein Aufsteiger und es ist nicht Lutentown, die über die Playoffs hochgekommen sind, sondern Sheffield United. Wichtig, Sheffield auf 20 ist so hochgekommen, tatsächlich am Ende nur 16 Punkte, also das war schon eindeutig, dass sie letzter wurden und ich glaube ich habe sie auch ganz gut begründet. Die ja souverän als Zweiter aufgestiegen sind, aber was man bis jetzt auf dem Transfermarkt gemacht hat, ist halt echt schwach, da man sich trotzdem neuen Geld durch den Ausstieg eher verschlechtert wie verbessert hat. Top-Scorer NDI hat man an Marseille verkauft und nun ganz aktuell auch noch den wertvollsten Spieler Berge, den Sechser verkauft, an Mitaussteiger Burnley. Und geholt hat man im Gegenzug vier junge Spieler aus der zweiten englischen bzw. zweiten französischen Liga und aus Dänemark bzw. auch noch aus Schweden. Das ist natürlich nicht ganz so gut, wenn man ehrlich ist, auch wenn die Potenzial haben. Mal schauen, ob noch was kommt, aber damit wie es aktuell ist und das muss ich ja beurteilen, kannst du in der Premier League halt einfach nicht mithalten und auch nicht konkurrenzfähig sein. Deshalb habe ich sie tatsächlich sogar auf Platz 20. Ja, muss ich nicht allzu viel zu sagen, war relativ eindeutig, weil der Kader einfach viel zu schwach war, egal wer jetzt Trainer war, später war es wieder Chris Wilders, aber das war einfach zu wenig. Und auf Platz 19, ich habe sie eben schon angesprochen, ist Lutentown. Ich glaube, die hat niemand höher wie 19, die meisten sogar auf 20, wenn man so andere Prognosen durchschaut. Da muss man halt sagen, sie haben keine wichtigen Spieler abgegeben. In der Vorsaison haben sie keine gute Hinrunde gespielt, also in der zweiten Liga, aber dafür mit dem neuen Trainer dann eine überragende Rückrunde gespielt. Sie waren auch in der Rückrundentabelle vor Sheffield, sind also formstärker wie Sheffield und sie konnten den Kader auch noch ein wenig verstärken mit Barkley, Okbene, Kaminski, Chong, Giles und Caboret per Laie. Und damit haben sie vor allem die Schwachstellen geupgradet. Dennoch ist die Qualität eigentlich viel zu gering, um sich Chancen auf den Klassenerhalt auszurechnen. Gerade mit der Infrastruktur, mit dem kleinen Stadion und so weiter, da wird es schon verdammt schwer. Aber ich glaube, im Verein und bei den Fans sieht man die Saison im Oberhaus auch eher so ein bisschen als Bonus. Und ich glaube, da wäre alles andere wie der Abstieg für Fans wie Verantwortliche eine große Überraschung und ein großes Wunder. Aber dennoch werden sie einfach jedes Spiel in der Premier League genießen, denke ich mal. Ja, Looten eigentlich auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Sie wurden am Ende 18. Sind dennoch relativ klar abgestiegen. Also ein Platzunterschied zwischen Tipp und Realität. Und wenn ich da die reale Tabelle so anschaue, dann merke ich, dass da Burnley auf Platz 19 ist. Und ich glaube, die hatte ich deutlich zu hoch. Und auf Platz 18 wird es jetzt schon spannend, denn die letzten zwei waren eigentlich relativ klar für mich. Für Platz 18, der ja auch noch den Abstieg bedeutet, gab es... Ich glaube, ich habe mich für die Wolves entschieden. Das ist für mich eigentlich so drei, vier Teams, die dafür in Frage kamen. Letztendlich habe ich mich für die Wolverhampton Wanderers entschieden. Denn die Wolves kommen jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Aber sie haben sich jetzt eben vier Tage vor Saisonstart von Trainer Lopetegui nach schwacher Vorsaison getrennt. In welcher er sie noch gerettet hat und nun eben keinen Bock mehr hat. Aufgrund des schwachen Transferfensters des Vereins. Denn man hat Ruben Neves, Collins, Cody, Jimenez, Moutinho, Diego Costa und Adama Traore abgegeben. Und somit einen großen Umbruch zu bewältigen. Zudem lassen die Neuzugänge zu wünschen übrig mit Traore von Metz, der auch schon letzte Saison da war. Und Matt Doherty, ablösefrei, der ja auch schon im Verein bekannt ist, aber jetzt halt eben bei Atletico war. Da der Kader grundsätzlich gut ist, wird man dennoch bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen. Aber ich sehe jetzt derzeit keine rosige Zukunft. Auch wenn ich von Neutrainer O'Neal eigentlich viel halte. Aber ohne Vorbereitung wäre das extrem schwierig. Das Problem hier war, O'Neal wurde eingestellt, ein Tag bevor ich diese Prognose hier hochgeladen habe. Da hatte ich schon alles vorbereitet und auf Lopetegi ausgerichtet. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es mit ihm deutlich schwieriger geworden wäre wie mit O'Neal. Unter dem hat man ja eigentlich eine ganz stabile Saison gespielt. Am Ende hat man nochmal so ein bisschen nachgelassen. Weshalb man nur 14er wurde. Was dennoch vier Plätze Unterschied zu meinem Tipp sind. Aber das hätte auch noch deutlich gravierender ausfallen können, wenn sie ihre Form beibehalten hätten. Auf Platz 17 sehe ich dann Nottingham Forest. Oh, eine Punktlandung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber stabil. Beide Torhüter Henderson und Nava sind weg. Dafür hat man mit Matt Turner einen guten Torhüter fest verpflichtet. Der aber dennoch ein klares Downgrade darstellt. Und dann hat man noch Larodimos und später auch noch Madsels verpflichtet. Also die haben echt Torhüterprobleme. Keine Ahnung, was da deren Plan ist. Auch wenn er grundsätzlich echt ein solider Keeper ist. Ansonsten hat man keine Stammspieler verloren und den Kader mit Ola Aina und Elanga noch weiter ergänzt. Letztes Jahr sind sie auf Platz 16 nur knapp am Abstieg vorbeigeschrammt. Und laut meiner Prediction wird es nächste Saison noch enger in ihrer zweiten Saison im Oberhaus. Ja, Nottingham eigentlich perfekt getroffen. Es war letztendlich gar nicht mal so knapp, was den Abstieg angeht. Weil die Konkurrenz einfach die drei Aufsteiger viel zu schwach waren. Man hat auch noch vier Punkte Abzug bekommen. Hat letztendlich aber nichts geändert, weil selbst wenn sie die vier Punkte mehr hätten, wären sie auch nicht ein Platz höher gewesen. Von daher 17 richtig guter Call. Auf Platz 16 sehe ich dann Fulham. Sie haben... Fulham wurde 13. Ja, mal reinhören. Nach starker Hinrunde letzte Saison in der Rückrunde deutlich nachgelassen. Auch wegen der langen Sperre von Torjäger Mitrovic, der wohl noch nach Saudi-Arabien wechseln möchte. Als möglichen... Ja, ist er auch. Ersatz hat man schon Raoul Jimenez geholt. Und auch Bessi konnte man holen für die Innen- bzw. Linksverteidigung. Den ich aber für ziemlich overrated halte. Nächste Saison wird als zweite in der Liga ohnehin schwierig. Die Frage ist halt, ob Mitrovic bleibt oder nicht. Und davon ist der Ausgang der Saison maßgeblich abhängig. Zudem fällt der zweitwichtigste Spieler mit dem Sechser Joao Palinja zunächst mal ein paar Wochen aus. Sie werden es schwer haben, aber wohl dennoch die Klasse halten. Gut, da wusste man noch nicht mal, dass Bayern Palinja verpflichten möchte, was dann am Ende auch gescheitert ist. Aber Mitrovic hat sie verlassen. Letztendlich hat es trotzdem recht stabil für Platz 13 gereicht. Mit dem Abstieg hatte man nichts zu tun. Von daher habe ich sie schon ein bisschen unterschätzt, aber war jetzt nicht allzu weit weg. Auf Platz 15 ist Jan Everton. Na krass! Die dritte Punktlandung jetzt schon. Das ist auf jeden Fall mit ein Rekord von mir, weil sonst tue ich mich da echt schwer, Teams genau auf der richtigen Platzierung zu tippen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Glückssache. Auch in dem Fall, Everton hat natürlich Punkte abgezogen bekommen. Im Endeffekt 8 Punkte weniger, wie sie eigentlich erspielt haben. Deshalb ist das schon auch glücklich und ich lasse es jetzt dennoch so und rechne nicht die eigentlich geholten Punkte rein. War ja auch letzte Saison in Italien so mit Juve. Ist immer so ein bisschen schwierig handzuhaben. Aber Everton, gut, wir müssen auch noch reinhören, was ich gesagt habe. Nach der Entlassung von Lampard und der Einstellung von Sean Dyche haben sie die Klasse gehalten nach erneutem Abstiegskampf. Sie haben derzeit keine wichtigen Abgänge zu vermelden. Dazu ist Bramthwaite von seiner Laie zurück. Dann Juma wurde ausgeliehen. Ja, Bramthwaite wirklich überragendeste Song. Riesentalent als Linksfuß in der EV. Und Ashley Young unter Vertrag genommen. Entscheidend wird aber auch, ob Calvert-Lewin endlich mal dauerhaft fit bleiben kann. Nein, kann er nicht. Ich denke, man wird die Klasse erneut nach Abstiegskampf halten können, aber ein bisschen souveräner wie letztes Jahr. Ja, kann man schon so unterschreiben. Vor allem, wenn man den Punktabzug mit einbezieht. Auf Platz 14 kommt laut meiner Prognose Crystal Palace. Letzte Saison. Ah, Palace. Oliver Glasner wurde ein bisschen zu früh eingestellt, weil eigentlich sehe ich das Potenzial im Kader schon. Aber mal reinhören, was ich gesagt habe. Dann haben sie eine stabile Saison gespielt, trotz Trainerwechsel von Vieira zurück auf Hodgson. Der Kader wurde bis auf Wilfried Zaha zusammengehalten und mit Lerma und Franza gut ergänzt, sowohl für's hier und jetzt, als auch für die Zukunft. Wichtig ist, dass man Eze und vor allem Olysee halten kann. Dann steht ihnen eine ähnliche Saison wie letztes Jahr bevor, ohne Abstiegskampf mitten im Mittelfeld. Ja, also eigentlich gut getroffen. Olysee und Eze hatten schon so ein bisschen Verletzungsprobleme. Gegen Ende waren sie fit und dann war auch Oliver Glasner da. Und dann haben sie einfach wirklich geballt mit Mateta vorne im Sturm. War echt nice anzusehen. Und ich sehe sie auch definitiv als potenzielle Überraschungsmannschaft für die kommende Saison. Eventuell, was die europäischen Plätze angeht. Aber gut, am Ende hatte ich sie halt trotzdem vier Plätze zu niedrig. Da haben sie vielleicht ein bisschen zu früh reagiert. Natürlich nur aus meiner Sicht. Aus ihrer Sicht war das goldrichtig auf der Trainerposition. Aber man muss auch sagen, dass es hier verdammt eng war. Zwischen Platz 10 und 14 liegen nur drei Punkte. Also das ist auch relativ unglücklich für mich gelaufen. Auf der 13 und ja, es fehlt noch ein Aufsteiger und der kommt jetzt mit Burnley. Ah, Burnley auf 13. Da habe ich mir echt viel mehr erhofft von neuen Bayern-Trainer tatsächlich, von Kompany und auch der Mannschaft. Weil ich fand eigentlich, dass der Kader gut verbessert wurde und schon auch das nötige Niveau hatte. Deshalb war ich da schon ein bisschen enttäuscht. Aber mal schauen, was ich gesagt habe. Bei Anna Vincent Kompany hat man die zweite Liga letztes Jahr im Stile von Manchester City dominiert. Die Mannschaft zusammengehalten, bis auf Harwood Bellis und Madsen, die von City und Chelsea nur ausgeliehen waren. Und Nathan Teller war dann auch weg. Der hat ja auch da gespielt. Also schon drei sehr harte Abgänge, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum man Harwood Bellis nicht festverpflichtet hat. Ist ja dann wieder in die zweite Liga zu Southampton gegangen. Eigentlich ein Riesentalent, habe ich nicht verstanden. Und jetzt wieder zu ihren Vereinen zurückgekehrt sind und Jordan Bayer hat man von Gladbach festverpflichtet. Nun hat man sich auf anderen Positionen verstärkt mit Trafford im Tor, Amduni, Redmond und Berge, wie vorhin angesprochen. Mit attraktivem Fußball werden sie meiner Ansicht nach nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sich auch einen sicheren Platz im Mittelfeld sichern. Nee, ist komplett nach hinten losgegangen. Sie wurden 19er und hatten eigentlich überhaupt nichts mit dem Klassenerhalt zu tun, waren da nur im Ansatz dran. Das war einfach viel zu wenig. Am Ende sind es sechs Plätze Unterschied zwischen meinem Tipp und der Realität. Ich hätte tatsächlich sogar mit ein bisschen mehr gerechnet. Ich hatte eher im Hintergrund, dass ich sie auf Platz 11 oder 12 habe, aber so gerade noch so mit einem blauen Auge davon gekommen. Wobei eigentlich nicht. Machen wir weiter. Weiter geht es auf Platz 12 und da habe ich West Ham United. Ah, ich dachte jetzt Bournemouth. Aber okay. Derzeit sind sie so mit am schwierigsten vorherzusagen aufgrund der vielen Gerüchte um Abgänge wie Neuzugänge. Bis jetzt haben sie nur einen ihrer Stammspieler abgegeben, aber dafür halt ihren mit Abstand am wichtigsten mit Kapitän Declan Rice. Zudem gibt es aktuell halt Gerüchte um einen Wechsel von Paqueta zu City, während auf der anderen Seite die Edson-Alvarez-Verpflichtung gerade offiziell wurde und die Maguire und Ward-Browse-Verpflichtungen im Raum stehen. Ward-Browse wird geholt, Maguire tatsächlich nicht. Zahlreichen anderen interessanten Spielern. Zum Beispiel ist man auch an McTominay interessiert, aber da gibt es durchaus noch weitere Gerüchte und es wird auf jeden Fall noch viel passieren, was ich jetzt halt aber noch nicht weiß. Da sie da halt eben so spät dran sind, macht es mir das echt schwierig, sie einzuschätzen. Aufgrund des Conference-League-Sieges spielen sie zudem Europa-League neben dem Liga-Alltag. Gerade mit einem Maguire wären sie defensiv viel stärker, da dieser perfekt in den Spielstil passt, da sie ähnlich konservativ wie die englische Nationalmannschaft aufreden. Und ja, das meine ich ernst für alle, die sich jetzt hier ein bisschen drüber lustig machen. Maguire ist durchaus ein guter Spieler, wenn die letzte Linie nicht allzu hoch steht. Digga, eine halbe Stunde über Maguire geredet und er ist gar nicht gewechselt. Perfekt. Und er einfach seine Stärken da besser einsetzen kann. Also West Ham auf 12 wurden neunter, habe ich ein bisschen zu niedrig gehabt, aber da waren einfach die Transfers noch nicht getätigt. Ich glaube, damals hatten die fast noch niemanden verpflichtet und haben ja dann auch durchaus solide Transfers gemacht. Mit Mafropanus unter anderem, der mir gerade noch einfällt. Kudos von Ajax vor allem, den ich hier glaube ich auch nicht erwähnt hatte. Also das war schwierig vorherzusehen. Am Ende drei Plätze Unterschied, geht eigentlich noch klar. Kommen wir zu Platz 11. Da ist so ein bisschen mein Überraschungstipp, sage ich jetzt mal, mit dem AOC Bornmiff. Guter Tipp, wurden Zwölfter, hatte ich gerade schon erwartet. Boah, Punkt gleich mit Platz 11, hätte also auch eine Punktlandung werden können. Aber ich bin trotzdem zufrieden damit, weil damit haben nicht allzu viele gerechnet. Aber Iraola, wirklich ein überragender Trainer, sehr gute Spielweise mit extrem hohem Pressing, hat am Anfang nicht ganz so gegriffen, aber gegen Ende hin wurde man immer stärker und ist dann völlig verdient im Mittelfeld gelandet. Nach der sorgenlosen Vorsaison dank der starken Rückrunde unter Gary O'Neal wurde eben jener entlassen, um einen noch vielversprechenderen jungen Trainer mit Antoni Iraola einzustellen, der zuletzt überragende Arbeit bei Rayo Valle Cano geleistet hat und mit einem sehr intensiven Pressing zu überzeugen weiß. Er wird den Kader, der mit Lerma einen wichtigen Spieler verloren hat, aber mit Kerkess und Gläubert mit zwei guten Transfers verstärkt wurde, weiter verbessern. Gerade die starken und vielversprechenden Neuzugänge aus dem Wintertransferfenster der Vorsaison werden nun nach und nach wichtiger werden und helfen, einen Platz im sicheren Ja, zum Beispiel Sabani im Mittelfeld zu erreichen. Ja, gut auf den Punkt gebracht, ist er eigentlich genauso eingetreten, machen wir weiter. Sehe ich übrigens genauso wie Palace als Überraschungskandidat für die kommende Saison, haben da mit Solanki auch wirklich einen sehr starken Stürmer vorne drin. Und auf Platz 10 in der Mitte der Liga sehe ich Brentford. Letztes Jahr war... Oh, ja gut, die wurden 16er, hatten schon so ein bisschen eine enttäuschende Saison, man war relativ überraschend im Abstiegskampf. Ich würde sagen, ähnlich wie Mainz in der Bundesliga, haben es dann aber recht gut geschafft, sich noch unten rauszuspielen, sind dann am Ende souverän drin geblieben als 16er, haben auf jeden Fall enttäuscht, am Anfang war ja auch Toni noch gesperrt. Gut, ich werde es jetzt gleich auch sagen, also da lag ich ein bisschen daneben. Aber ich glaube, das haben auch nicht so viele erwartet. Waren sie Neunter, haben sich in der Premier League weiter etabliert unter Frank, der ein herausragender Trainer ist. Kadertechnisch hat man niemand wichtigen verloren, außer Torwart Raja, den man mit Flecken aber fast gleichwertig ersetzen konnte. Zudem hat man mit Collins einen jungen und gleichzeitig Premier League erfahrenen Innenverteidiger dazugeholt. Die Sperre von Toni hingegen schmerzt zwar noch in der Hinrunde, aber insgesamt wird man eine erneut ähnlich stabile Saison spielen und eventuell sogar erneut auf einem einstelligen Tabellenplatz finishen. Aber in meiner Prognose hat es nicht ganz gereicht, denn zu den einstelligen Plätzen kommen wir jetzt. Ne, da hat es am Ende echt nicht gereicht, aber ich glaube, man ist dennoch gut aufgestellt, um in den nächsten Jahren wieder ein bisschen besser zu performen. Je nachdem natürlich, ob Trainer Thomas Frank bleibt. Wir fangen an mit dem Platz 9, wo ich die Tottenham Hotspur sehe. Und das... Tottenham auf 9. Wurden Fünfter. Ja, da habe ich... Ich glaube, ich habe schon positiv über den neuen Trainer Poste Koklu geredet, aber ich habe nicht erwartet, dass es so schnell so gut greift und dass sie so schnell so gut performen. Das hört sich jetzt echt an nach Platz 8 im Vorjahr, aber lass es mich erklären. Nach Mourinho und Conte hat man nun das komplette Gegenteil an der Seitenlinie, was den Spielstil betrifft, mit Ange Poste Koklu. Dieser setzt stark auf eigenen Ballbesitz und vor allem spielerische Lösungen hinten raus im Aufbau zu finden. Grundsätzlich ist das gut, allerdings ist der Kader überhaupt nicht dafür ausgelegt. Die Außenverteidiger sind... Hat aber funktioniert. ...Ringbacks, da man bisher in den letzten Jahren nur Fünferkette gespielt hat und werden jetzt aber als inverse Außenverteidiger ins Zentrum gezogen im eigenen Ballbesitz. Die Flügel um Son und Kulusewski müssen die Breite halten, obwohl sie viel lieber ins Zentrum ziehen und Poste Koklu hält auch stur an seinem System fest, egal was die Ergebnisse sind und was er für Spielertypen zur Verfügung hat. Auch wenn sie mit den Transfers von Madison und Van de Veen zwei Spieler geholt haben, die perfekt in dessen System passen, so werden sie mit diesem Ansatz dennoch zunächst einmal auf die Fresse fallen. Vielleicht wird es zu Saisonende hin ein bisschen besser, aber dieser Umbruch erfordert einfach mehrere Transferphasen, um einfach die passenden Spieler für das System zu verpflichten. Auf Sicht kann sie diese Art von Fußball definitiv wieder zurück in die Champions League bringen, aber dafür müssen sie geduldig sein und zunächst einmal einige Rückschläge hinnehmen. Aber das beste Beispiel hierfür ist ja Arsenal und wie schlecht die zunächst lange unter Arteta waren im Vergleich zu heute. Ja, vielleicht nicht der beste Vergleich, weil Poste Koklu hat relativ schnell funktioniert. Wenn, dann wurde man eher hinten raus nochmal ein bisschen schwächer. Also da habe ich mich schon so ein bisschen vertan. Am Ende dennoch nur vier Plätze Unterschied, also das geht auch noch in Ordnung. Auf Platz 8 habe ich dann auch schon Aston Villa und es ist einfach extrem schwierig, die Teams da vorne zu tippen. Aston Villa auf 8. Ja, ganz ehrlich, vor der Saison waren die schon so in dem Bereich, dass man sie dort erwartet hat, dass sie jetzt Vierter werden und Champions League spielen. Wäre natürlich schon ein Hot Take gewesen, von daher finde ich das jetzt nicht allzu schlecht, aber es sind halt dennoch vier Plätze Unterschied. Beziehungsweise vor allem in dem Bereich so hinter der Top 4. Aber zu Aston Villa muss man sagen, sie haben eine sensationelle Punkteausbeute vorzuweisen, seit Unai Emery im Amt ist. War ja so mitten in der Hinrunde letzte Saison, als er eingestellt wurde. Allerdings auch durch eine starke Overperformance, wenn man die erwarteten Punkte mit den tatsächlichen vergleicht. Die hatten sie diese Saison, glaube ich, auch wieder. Sie haben sich letztes Jahr für die Conference League qualifiziert und den Kader mit Thielemans, Pau Torres und Diaby überdurchschnittlich gut verstärkt. Ich traue ihnen auch mehr zu, allerdings sind die Plätze halt wie gerade schon gesagt begrenzt und sie werden auch mit den internationalen Spielen zu schaffen haben. Ich habe ihnen mehr zugetraut, aber habe es dann halt leider nicht umgesetzt. Dementsprechend lag ich schon ein bisschen daneben. Auf Platz 7 habe ich dann Newcastle United. Oh, ich habe doch noch eine Punktlandung, beziehungsweise gegen Ende habe ich vielleicht noch mehr, aber auf jeden Fall auf Platz 7 Newcastle, genauso wie in Realität. Wie im Vorjahr tippe ich sie auf Platz 7. Damals haben sie zum Überraschen aller das Ganze sogar getoppt und sich für die Champions League qualifiziert. Den Kader haben sie auf einzelnen Positionen erneut geupgradet, vor allem mit Tonali und auch in der Breite mit Lieferamento und... Ja gut, Tonali war die komplette Saison fast gesperrt. Dennoch werden sie zum einen mit der Dreifachbelastung zu kämpfen haben und andererseits kommt ihnen die... Und die Dreifachbelastung war halt nur in der Hinrunde, weil sie Vierter wurden und in der Rückrunde dann nicht mehr vertreten waren europäisch. Ansage der Liga... Aber wenn wir weiter darauf eingehen, dann hatten sie halt auch enorme Verletzungsprobleme und dementsprechend haben sie sich schon ein bisschen unter Wert verkauft. Gute, dass die Schiedsrichter viel mehr Nachspielzeit bei Zeitspiel geben sollen, da sie eben die Meister darin sind, den Spielfluss zu zerstören, damit der Ball recht wenig im Spiel ist, aufgrund ihres sehr intensiven Pressings, das ihnen auch zu schaffen machen wird mit so vielen Spielen in der Saison. Gut, davon hat man jetzt nicht allzu viel gemerkt, den Einfluss von dieser Änderung. Aber Newcastle auf 7 war glaube ich ein guter Tipp. Ist ja im Endeffekt auch so eingetreten. Ich habe ja gesagt, sie haben Probleme mit der Dreifachbelastung. Da waren sie in der Tabelle auch weiter hinten. Gegen Ende haben sie dann wieder deutlich besser performt. Also Platz 7, sehr guter Tipp. Platz 6 kommt bei mir Chelsea. Oh, was? Die nächste Punktlandung Chelsea auf 6. Ich weiß schon, was auf 5 oder 4 kommen wird. Irgendwo kommt noch Brighton, da geht es ein bisschen nach hinten los. Aber Chelsea auf 6, wieder mal ein richtig guter Call. Wie Newcastle habe ich auch Chelsea auf dem gleichen Rang, wie ich sie letzte Saison vor der Saison getippt habe. Nach der Katastrophensaison im Vorjahr gab es aber auch einen kompletten Umbruch. 1000 Spieler wurden verkauft und 1000 geholt für endlos viel Geld. Die wichtigsten... Ja, so kann man das ganz gut beschreiben. Die wichtigsten davon sind wohl Nicolas Jackson, Di Sassi, Robert Sanchez und natürlich Christopher Nkunku. Ja, Robert Sanchez hat gegen Ende nicht mehr gespielt und ich glaube Kai Sedo, der Transfer war da noch gar nicht durch, oder? Er allerdings direkt mal wieder lange verletzt ist. Die Vorbereitung unter Neutrainer Pochettino war definitiv vielversprechend, aber das Team braucht trotzdem noch Zeit zur Entwicklung mit einigen jungen Spielern. Ja, guter Punkt, weil am Anfang war das halt echt nichts und die Mannschaft war viel zu jung, viel zu unerfahren und gegen Ende hat es ja dann echt gut gegriffen, auch wenn Pochettino dann entlassen wurde. Aber ich glaube, man hat die letzten 5 Spiele gewonnen und dann noch relativ souverän auf Platz 6 gefinisht. Wie André Santos beispielsweise als 6er neben Enzo Fernandes. Ja gut, er wurde an Nottingham verliehen, hat da nicht gespielt und wird jetzt an Straßburg verliehen, die man aufgekauft hat und wo jetzt Vieira Trainer ist. Sie profitieren vielleicht davon, nicht international zu spielen, dennoch werden sie gerade zu Beginn noch sehr struggeln. Jackson hingegen könnte meiner Ansicht nach alle überraschen und nach langem endlich mal wieder ein funktionierender Stürmer für Chelsea sein. Na, weiß ich jetzt nicht, ob der Call noch sein musste. Ja, Jackson, ich persönlich rate ihn ehrlich gesagt relativ hoch, aber in der allgemeinen Wahrnehmung wird er halt schon als Chancentod angesehen. Aber neben seiner Abschlussschwäche echt ein sehr guter Stürmer. Kommen wir zu Platz 5 und das ist so neben Bournemouth mein größter Überraschungstipp, auch wenn ich es persönlich gar nicht mal so abwegig finde, mit Brighton & Hove Albion. Nee, nee, der war es echt nicht. Denn seit de Serbi im Amt ist, waren sie direkt deutlich besser wie noch unter Potter, der ja dann zu Chelsea geholt wurde. Der Stil von de Serbi ist einzigartig und der Kader ist perfekt dafür ausgelegt. Mit McAllister und Colwell hat man nur zwei der wichtigen Spieler verloren. Ja, Kai Sedu wurde halt auch noch verkauft. Und der war sehr wichtig und sehr teuer. ...Kader insgesamt aber weiter verstärkt, vor allem in der Breite, da man nächste Saison mit der Europa League das erste Mal europäisch spielen wird. Neu sind nämlich Joao Pedro, Igor, Dahoud und James Milner, der ihnen mit ordentlich Erfahrung vor allem neben dem Platz helfen wird. Zudem hat man für das Tor Riesentalent Verbrocken geholt, der stellvertretend für das gute Scouting steht, wodurch auch wieder einige Spieler nächstes Jahr wieder für Aufsehen sorgen werden, die jetzt schon im Verein sind, wie beispielsweise Ayari oder Buonanot. Ja, ja, Buonanot schon ein bisschen, aber ansonsten habe ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Hätte mir da deutlich mehr erhofft, aber auch hier, die hatten mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ich meine, die zwei Flügel aus der Vorsaison mit Mitoma und March waren quasi die komplette Saison raus und dann ist es natürlich schwierig. De Serbi wurde jetzt am Ende entlassen, von dem hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Am Ende war es Platz 11, somit 6 Punkte Unterschied, aber gut, das kommt dabei raus, wenn man so ins Risiko geht mit gewissen Teams. Gut, jetzt fehlt noch die tatsächliche Top 3 und Manchester United. Mal schauen, wo ich die habe. Ich glaube tatsächlich nicht einmal auf 4, sondern auf der 3. Platz 4 ist für mich dann Liverpool. Letztes Jahr war es... Ja gut, hört sich jetzt ein bisschen dumm an, weil auch der Abstand vom Platz 3, wo Liverpool dann in Realität war, auf Platz 4 relativ groß war. Aber im Endeffekt ist es jetzt für meine Tabelle ein Platzunterschied zwischen Platz 3 und 4. Von daher geht das klar, wenn man natürlich gleich Manchester United auf 3 sieht, ist das ein bisschen komisch, aber wir sind ja jetzt erstmal bei Liverpool. War eine sehr schwierige Saison. Seit der Umstellung mit Trent Alexander-Arnold als inversem Außenverteidiger hatte man eine sehr gute Serie und das System wird so auch, wie man in der Vorbereitung sehen konnte, beibehalten. Der Kader wurde ordentlich... Ja, aber Trent war halt extrem lange verletzt, muss man hier auch erwähnen. Ausgemistet mit Abgängen von unter anderem Fabinho, Fiamino und Kapitän Henderson. Zudem wurden auch die Neuzugänge an die neue Spielausrichtung mit Positional Play Elementen ausgerichtet mit Soberschleih und McAllister. Sie können die Top 4 zwar wieder erreichen, aber ich sehe sie jetzt nicht irgendwie um die Meisterschaft mitspielen. Dafür ist der Kader ein... Haben sie relativ lange, im Endeffekt dann aber doch nicht. Einfach noch nicht perfekt für das System ausgelegt, gerade mit Robertson als linken Innenverteidiger in der Dreierkette im eigenen Ballbesitz. Ja, ganz so Positional Play mäßig ist es dann am Ende doch nicht gewesen, aber ideal war es halt auch nicht. Und vor allem gegen Ende ist ihnen irgendwie die Kraft ausgegangen, beziehungsweise da hat auch psychisch der Klopp-Abschied vielleicht so ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, ich habe sie im Großen und Ganzen ganz gut getroffen. Platz 3 und da kommt bei mir dann das erste Manchester-Team, aber natürlich nur Manchester United, bei denen ich mir aber relativ sicher bin, dass sie in die Top 4 kommen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass sie in die Top 4 kommen werden. Sie wurden am Ende Achter und hatten enorme Probleme. Auch hier Verletzungsprobleme mit am meisten sogar noch mehr wie Newcastle, würde ich sagen, noch mehr wie Brighton. Also das muss man schon auch erwähnen, aber alles in allem war es halt dennoch eine enttäuschende Saison. Auch wenn man am Ende jetzt noch den FA Cup holen konnte. Da sie es auch letztes Jahr schon geschafft haben, jetzt in das zweite Jahr unter Trainer Ten Hag kommen, der einen herausragenden Job macht und die drei... Weiß ich jetzt nichts. Also ja, die Diskussionen sind da ein bisschen hart, ob er jetzt gute Arbeit leistet oder eher schlechte Arbeit. Aber mich hier so klar zu positionieren, war vielleicht ein bisschen zu voreilig. Ausgemachten Problemstellen des Kaders verstärkt hat, mit Mount als Achter, Heulund als Neuner und Onana für das Tor, während vor allem Letzterer, aber auch die beiden anderen perfekt in seinen Spielstil passen. Denn er möchte ja das beste Konderteam der Welt werden, wie er gesagt hat, aber sie können durchaus auch... Das wurden sie gegen Ende der Saison so in Ansätzen, aber es war halt alles schon enttäuschend. ...Büssungen im Ballbesitz gegen tiefere Gegner finden und so meiner Ansicht nach einen souveränen dritten Platz einfahren. Ja, sehr souverän am Ende auf Platz 8. Schwacher Call. Gut, jetzt fehlen noch Arsenal und City. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich es getippt habe. Vermute aber schon und hoffe auch, dass ich City auf 1 gepackt habe. Gut, ich hätte es Arsenal mehr gegönnt, aber in dem Fall jetzt, weil es in Realität so eingetreten ist, hoffe ich schon so, dass ich es richtig hatte. Vizemeister wird bei mir, wie im Vorjahr, Arsenal. Gut. Ich habe direkt nach der letzten... Damit nochmal zwei Punktlandungen mit Arsenal auf 2 und City dann auf 1. Nice. ...Saison überlegt, ob ich sie überhaupt in die Top 4 tippe, auch weil sie zum Ende hin recht ausrechenbar wurden. Was? Aber bin jetzt doch davon überzeugt. Man hat nämlich nur Chaka abgegeben von den wichtigen Spielern, aber auch nur aus dem Grund, dass man ihn ohnehin upgraden konnte mit den Verpflichtungen von Rice bzw. Havertz. Und zusätzlich hat man sich auch noch Timber hinzugeholt und somit drei junge, flexible Spieler verpflichtet. Diese hat man ebenfalls auch schon sehr frühzeitig geholt und so auch schon gut integrieren können. Sie verstärken Arsenal schon im Hier und Jetzt mit mehr Qualität und Breite für den Kader und auch für die Zukunft, wo ich sie sehr gut aufgestellt sehe für einen Premier League Titel in der näheren Zukunft, da die... Ja, kann man so weiterhin sehen. Die Altersstruktur im Kader perfekt ist und quasi alle Stammspieler noch lange nicht an ihrem Zenit sind und sich alle noch durchaus weiterentwickeln können. Aber aktuell erneut nur Platz 2. Ja, im Endeffekt reicht es halt einfach nicht, um an dem City vorbeizukommen. Egal, ob sie den Kader jetzt mit legalen Mitteln zusammengestellt haben oder nicht. Das ist einfach wirklich eine krasse Qualität, gepaart mit dem Trainer, mit Pep und dementsprechend wurden sie halt wieder Meister. Leider. Und dementsprechend ist eigentlich alles klar. Platz 1 ist natürlich Manchester City. Was soll ich sagen, Trippelsieger haben jetzt Mares und Gündogan zwar abgegeben, dafür aber auch Guardiol und Kovacic geholt. Aktuell sieht es auch noch nach einer Verpflichtung von Pakita aus. Nein. Ich sehe sie wie im Vorjahr als Meister und glaube nicht, dass sie jemanden daran hindern kann, dass sie in der Liga halt einfach viel zu konstant ihre Punkte holen. Ja, aber es war durchaus knapp. Aber ja, sie wurden halt wieder Meister. Wie immer. Somit, wenn man nochmal alle Teams einzeln betrachtet, habe ich tatsächlich 7 Punktlandungen. Das ist wirklich geisteskrank. Also wirklich Rekord für alle Prognosen, die ich jemals gemacht habe. So gut war ich noch nie. Was jetzt die Summe angeht, wie weit ich jeweils weg war, muss ich gleich nochmal schauen und zusammenrechnen. Weil bis auf die Punktlandungen war ich ansonsten teilweise schon etwas weiter weg. Öfters mal 4 Plätze, dann auch mal 6. Am weitesten weg war ich mit Brentford und Brighton. Auch mit United 5 Plätze Unterschied. Gut Burnley auch 6 Plätze Unterschied. Also es waren schon auch schlechte Tipps dabei, aber auch wirklich sehr gute. Mal schauen, was es in der Summe macht. Also im Endeffekt 48 Punkte. Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut, aber natürlich auch nicht schlecht. Schauen wir es uns mal im Vergleich an. Ja okay, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen übertrieben. Das ist schon relativ gut mit 48 Punkten. Weil gerade wenn wir das mit dem Vorjahr in der Premier League vergleichen, das ist auch eine Liga mit 20 Teams. Dementsprechend ist das auch deutlich besser, wie das, was ich diese Saison in der zweiten Liga geleistet habe. Also bis jetzt definitiv mit Abstand meine beste Prognose in der aktuellen Saison. Beziehungsweise generell mit meine beste, weil auch die 37 Punkte vergangene Saison, was die Bundesliga angeht, das war auch bei einer 18 Team Liga. Dementsprechend ist das relativ auf Augenhöhe. Also ich bin auf jeden Fall jetzt in der Nachbetrachtung definitiv zufrieden mit meinen Prognosen. Das war es dann auch soweit mit meiner Reaktion auf die Premier League Prognose 23-24. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Hattet ihr auch eine Prognose oder gewisse Takes zur Premier League? Schreibt die gerne unten rein, wie falsch oder wie richtig die waren. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.